Seine Style-Uniformen bzw. seine Outfit-Uniformen zu kennen erleichtert einem morgens das Styling enorm. Ich sehe das aber allerdings mehr so als Spiel oder gewissermaßen auch als Übung. Doch die Erkenntnisse, die man über sich selber sammelt, während man diese Übung macht, die sind schon einiges wert. Es geht nämlich darum, seine Garderobe dahingehend zu überprüfen, ob sie den unterschiedlichen Lebensbereichen standhalten kann. Hat man genug Kleidung oder hat man in manchen Bereichen zu wenig Kleidung? Passt die Menge grundsätzlich denn? Letztendlich geht es für mich vor allem auch darum, meine Garderobe so zu kuratieren, dass sie eine modische Verkörperung meines Lebens wird. Aber zurück zum Spiel, denn bei all dieser Tiefe bleibt Mode doch auch ein kreatives, spielerisches Ding. Ich gehe mit euch jetzt einfach ganz kurz meine sieben Outfit-Uniformen durch und dann erkläre ich, wieso bestimmte Outfits für bestimmte Lebensbereiche für mich besonders viel Sinn ergeben. Also die erste Kategorie ist Arbeiten von zu Hause. Die zweite ist der lange Spaziergang. Wer meine Vlogs kennt, der weiß, dass das ein großer Teil meines Lebens ist. Der dritte ist Erledigungen, zum Beispiel Supermarkt, Pakete wegbringen, das Kind vom Kindergarten abholen. Dann gibt es die vierte Kategorie Sonntagsessen bzw. Geburtstagsfeiern. Fünfte Kategorie Besonderer Anlass. Wir reden jetzt hier gerade in dieser Jahreszeit mehr so von Weihnachten, Silvester, sowas. Dann die sechste Kategorie ist Loungen, Loungen, Loungen. Abends runterkommen, bequem angezogen sein. Und die siebte Kategorie ist ein Nachmittag mit den Kindern drinne. Das ist eine der wichtigsten Kategorien. Die zum Schluss. Okay, fangen wir mit der Kategorie Arbeiten von zu Hause an. Denn ich bin ja selbstständig, wie viele von euch wissen. Ich arbeite von zu Hause. Meine Arbeit lässt sich in zwei Bereiche teilen. Ich bin hier einmal vor der Kamera. Ich ziehe mich viel um. Oder ich sitze sehr, sehr viel am PC, schneide, schreibe E-Mails, entwerfe meine Tücher usw. Also das sind für mich so zwei unterschiedliche Bereiche. Dafür darf es ruhig ein kleines bisschen schicker sein. Das ist jetzt nicht ein Lebensbereich, wo ich ganz, ganz dringend aufpassen muss, dass die Kleidung nicht dreckig werden kann. Nicht irgendwie draufgekleckert werden darf usw. Also da darf es ruhig ein bisschen schicker sein. Da möchte ich ganz gerne gerade in dieser Jahreszeit etwas wärmer angezogen sein, weil ich gerade am PC sehr schnell auskühle. Für diese Kategorie habe ich ganz gerne die bequemste Jeans an, die ich besitze. Das ist aktuell die Jeans von Rosner. Die habe ich schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist eine Skinny Fit Jeans. Die sitzt mittlerweile an mir wie eine zweite Haut. Also sie ist super bequem, wenn man sitzt und sich das Fleisch so ein bisschen staucht. Und man einfach ein bisschen mehr Platz um den Bauch herum braucht. Also die bequemste Jeans zum Arbeiten, das muss sein. Und dann fand ich ihn gerade in letzter Zeit und ich habe mich ja auch in den Vlogs häufig gesehen, in diesem Pulli. Diesen Streifenpullover super, super schön dazu. Und endlich, 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 nach mehreren Jahren, lass es zwei sein, lass es zwei sein, habe ich es geschafft, endlich ein neues Tuch rauszubringen. Meine Güte, diese Woche ist das Teil da. Es war echt so viel Arbeit. Wartet mal, ich zeige euch mal das Teil einmal auseinander gefaltet. Lass mich eins sagen, das Leben mit zwei Kindern hat sich sehr, sehr stark verändert. Die Zeit, wo ist die Zeit hin? Ich habe nur noch so, so wenig Zeit zum Arbeiten, aber ein Tuch habe ich jetzt geschafft zu zeichnen und zu uns werfen. Ich habe mich diesmal nicht für Twillseide entschieden, sondern für Chiffonseide. Ihr seht ja jetzt schon, dass das Teil sehr, sehr leicht und transparent ist. Einfach, weil ich gerne was Neues ausprobieren wollte. Und vor allem gerne eine Art Seide anbieten möchte, die für den tagtäglichen Gebrauch sehr schön geeignet ist. Ich finde nämlich immer die Twillseide, die ist mehr so in Richtung besonderer Anlässe. Man sieht, dass die Seide glänzt. Man hat irgendwie einen anderen Look, wenn man Twillseide trägt. Und wenn man Chiffonseide trägt, dann hat das ein bisschen was Alltägliches. Seht ihr, die Seide, die glänzt jetzt nicht so stark wie typische Twillseide. Und das ist so ein Teil, was man einfach, sagen wir mal, im Büro gut tragen kann. Einfach so ein bisschen was, was einem ein bisschen Wärme spendet und vor allem aber auch etwas, was ein bisschen Farbe ins Outfit reinbringen kann, wenn ihr solche beigen Mädchen seid wie ich oder so neutral gestylt seid. Für all diejenigen, die jetzt Interesse haben, da so ein bisschen weiter zu gucken, die können hier im Bildschirm auf diesen Link klicken. Das ist ein neues Feature von YouTube. Das mache ich jetzt auch ganz gerne öfters, wenn ich Tücher von mir zeige, dass ich gleich hier unten den Link habe. Für alle, die Interesse haben, können gleich draufklicken. Also wie gesagt, das ist für mich so eine tagtägliche Kombination, die etwas feiner ist, die aber auch nicht so unfassbar schick ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich jetzt gerade für Weihnachten zurechtgebracht habe oder so. Dann die nächste Kategorie ist der lange Spaziergang. Unsere Tochter hat bis vor kurzem, beziehungsweise, wir sind noch nicht ganz durch, nur draußen geschlafen. Das heißt, wir waren stundenlang, tagtäglich stundenlang unterwegs, damit sie schläft. Sie ist jetzt mittlerweile acht Monate alt und ich glaube, so langsam ändert sie sich, ändert sich das. Und sie gewöhnt sich ein Schlafen zu Hause im eigenen Bett an. Da fand ich diesen fetten Wollpulli einfach optimal. Ich habe dann ganz gerne so ein bisschen die Jeans durchgewechselt und mal wieder geguckt, worauf habe ich jetzt gerade Lust. Und ich fand in letzter Zeit gerade so diese etwas, ja, nicht monochromere Option, aber, ja, nicht zu bunte Option, sehr schön. Ich musste mal die Knöpfe hier immer nochmal schließen. Deshalb habe ich hier ganz gerne die schwarze Jeans kombiniert. Das ist ja meine Slim Fit High Waist oder Straight Leg High Waist Jeans von Armed Angels. Super zufrieden. Der Jeansstoff, der ist ein bisschen dicker. Ist jetzt natürlich auch von der Wolle noch so ein bisschen haarig. Ist ein bisschen dicker und wirklich für diese Jahreszeit für mich optimal. Wenn man sich neue Jeans kauft, kommt es ja immer darauf an, welche Farbe man sich auswählt. Denn von Farbe zu Farbe wechselt auch so ein bisschen die Beschaffenheit des Jeansstoffes. Also bestellt ruhig auch unterschiedliche Farben von dem einen Schnitt, wenn ihr nach etwas Bestimmtem sucht. So könnt ihr sicher gehen, dass ihr auch genau das kriegt, was ihr sucht. Also diese Oversize-Geschichte, dieser riesige Kragen, den man so umlegen kann, den habe ich nochmal getoppt mit meinem Oversized Schal und dann mit einem schönen Bini-Mützchen oben drauf. Meistens dann auch mit den Stiefelchen, die innen drin ist, schön warm gefüttert sind und so ein bisschen höher gehen. Also nicht nur bis zum Knöchel, sondern ein Tucken weiter höher. Das war meine Kombination, mit der habe ich mich richtig, richtig wohl gefühlt. Dann die nächste Kategorie sind ja Erledigungen. Supermarkt, in die Stadt gehen, mal Pakete wegbringen oder das Kind vom Kindergarten abholen. Das ist so eine Kombination, wo ich definitiv draußen bin und wo ich so eine Mischung zwischen, das müssen Kleidungsstücke sein, die praktisch sind, die auch so ein bisschen dreckig werden können. Wobei ich auch zu den Müttern gehöre, die auch super, super schick zum Kindergarten kommen und dann so total schmerzlos bin, mit meinem feinen weißen Mantel mein matschiges Kind hochzunehmen. Okay, egal. Wir sind ja alle unterschiedlich. Praktischer ist es natürlich aber auch, wenn ich teile, wenn ich gerade Jacken auswähle, die etwas mehr abkönnen, als jetzt mein allerschönster heller Wollmantel. Deshalb habe ich mich hier für meinen dicken Wintermantel entschieden und aber auch für drunter so ein paar schicke Teile. Denn es ist nicht nur praktisch, es darf auch so ein bisschen feiner sein, wenn man irgendwie draußen unterwegs ist. Ich finde nämlich, dass gerade diese Jeans hier, die erzählen so viele Geschichten. Ich habe ja irgendwie, glaube ich, im letzten Video mal erwähnt, dass das für mich die vielseitigste Jeans überhaupt in meiner Garderobe ist. Wenn es um das reine Styling geht, finde ich diesen Farbton so grandios. Man sieht einfach dieser Jeans an, dass sie fest ist, dass sie jeansig ist. Wisst ihr, sie ist nicht einfach nur ein dünner Stoff. Sie ist jeansig und fest und hat ein bisschen mehr Kraft. Und das macht sie für mich so ein bisschen auch schicker, auch wenn der Farbton jetzt eher casual ist. Und das ist die perfekte Mitte, Leute, die perfekte Mitte. Und deshalb gehen hierzu nicht nur einfach Hoodies und typisch sportliche Sachen, sondern auch etwas feinere Sachen, wie hier so ein Kaschmir-Pullover beispielsweise. Einfach ein bisschen feiner. Und schon ist diese Kombination, finde ich, total modern. Also das wäre für mich die Kombination für Erledigungen draußen sein. Praktisch, aber auch so ein bisschen schöner. Dann die vierte Kategorie, Sonntagsessen bei meinen Eltern oder beispielsweise eine Geburtstagsfeier, zu der man eingeladen ist. Oder man ist einfach vielleicht irgendwo eingeladen, um mit den Kindern zu spielen. Also solche Anlässe, wo man einfach praktisch angezogen sein möchte. Zumindest geht es mir so. Aber ich möchte mich auch so ein bisschen zurecht machen. Wisst ihr, kennt ihr das? Man muss auch funktionieren. Das darf nicht einfach nur schön sein. Und dazu habe ich dann speziell dieses Baby-Kaschmir-Teil entdeckt. Ich bin warm genug darin angezogen. Ich schwitze darin nicht. Es ist locker leicht. Es ist irgendwie wirklich sehr, sehr praktisch für Wolle. Es ist ein feines Style. Ich fühle mich darin also zurecht gemacht. Vor allem, wenn ich zum Beispiel sowas dazu kombiniere. Mein Seidentuch-Style Soft Autumn, das ich euch gerade eben ja schon gezeigt habe. Das ist für mich auch eine Kombination, die nicht nur schön aussieht, sondern die auch sehr funktional ist. Okay, und dazu kombiniere ich immer gerne diese Jeans. Diese hier ebenfalls, weil der Jeans-Stoff ein bisschen dünner ist. Er ist nicht ganz so dick. Das ist jetzt nichts für lange Spaziergänge, aber definitiv etwas, um auf dem Boden mit meinen Kindern zu krabbeln und zu spielen, zu puzzeln, wie auch immer. Und man ist trotzdem schön angezogen. Trotzdem zurecht gemacht. Das da. Dann kommen wir zum Outfit für besondere Anlässe. Beispielsweise ihr seid mit euren Kollegen zur Weihnachtsfeier oder ihr feiert Weihnachten zu Hause oder mit der Familie. Ihr plant Silvester und möchtet vielleicht ein bisschen schicker angezogen sein, aber jetzt nicht so Party, Party, Party. Wisst ihr, was ich meine? Man möchte einfach fein angezogen sein, erwachsen, aber vielleicht nicht glitzerig. Für diese Anlässe wäre für mich beispielsweise das schwarze Plesset-Kleid. Das ist etwas, was ich schon seit Jahren in meiner Garderobe habe. Und das ist ein Teil, zu dem ich jeden Winter immer wieder aufs Neue greife. Ich weiß auch nicht. Das ist dieses eine schwarze, kurze Kleid, das jede Frau in ihrer Garderobe besitzen sollte. Irgendeine Variante davon, in der man sich wohlfühlt. Diejenigen, die mir schon länger folgen, die kennen das Teil. Ich habe es schon super häufig gezeigt. Und ein Kleidungsstück, das es nicht in mein letztes Video geschafft hat, meine LilySilk-Integration, das möchte ich euch jetzt ganz gerne zeigen. Das ist nämlich dieser feine Wollmantel. Einmal ganz kurz tauschen. Das ist jetzt kürzlich erst angekommen. Und das ist ein Teil, das ist für mich ein Schätzchen für besondere Anlässe. Das ist schöne gebürstete Wolle, ein Teil Kaschmir, ein Teil Wolle. Das Teil ist ungefüttert, wie ihr seht. Normalerweise für mich ein K.O.-Kriterium, wenn es darum geht, sich einen Mantel zu kaufen, der auch funktional ist, mit dem man auch lange draußen spazieren kann oder unterwegs sein kann. So was alles. Aber dieser Mantel hier ist etwas für besondere Anlässe und ein Taximantel, würde ich jetzt sagen. Es gibt Taxischuhe, Schuhe, die super, super schön aussehen, in denen man jetzt keine 20 Kilometer läuft. Das sind dann welche, die zieht man an, so wie diesen Mantel auch. Das zieht man dann fein und schick an. Man läuft zum Auto, steigt ein, fährt zu seinem, dahin, wo man eingeladen ist oder wo man feiern möchte, steigt aus, schnell ins nächste Haus und verbleibt dann auch drinnen. Das ist so ein Mantel für diesen Fall. Oder wer doch länger damit unterwegs sein möchte, dann vielleicht eher im Frühling und jetzt nicht im tiefsten Winter. Wobei der Winter dieses Jahr, wir haben ja auch immer noch Temperaturen, 10 Grad, 12 Grad und da würde sowas hier tatsächlich auch immer noch gehen. Ich habe das Video ja schon vorbereitet und entsprechend alle Kleidungsstücke, die noch verfügbar sind, für euch rausgesucht. Die findet sie unten in der Infobox. Dann kommt eine Kategorie, das ist für mich eine Herzenskategorie, nämlich loungen, 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 abends runterkommen, bequem angezogen sein, sowas. Dazu habe ich ganz gerne hier wieder diesen Oversized Pulli an mit diesem riesigen Kragen. Das ist einfach so ein gemütliches Teil mit einer Leggings drunter und dann ab auf den Stuhl. Normalerweise würde ich ja jetzt Couch sagen, aber ich vlogge ja jetzt nicht unsere gesamte Wohnung. Wenn wir umgezogen sind und wir hier alles freigeräumt haben, dann werde ich euch vielleicht ganz kurz den Grundriss zeigen. Aktuell quetschen wir uns nämlich so ein kleines bisschen und unser Wohnzimmer-Schlafbereich ist dann jeden Abend belegt, weil unsere Tochter hier schläft. Und wir haben dann nur noch die Chance, deswegen bin ich auch so so froh, dass wir endlich umziehen und eine größere Wohnung haben. Wir haben dann nur noch die Chance, in der Küche zu sitzen. Ist okay. Wir überleben es. Es ist auch nur eine kurze Phase und es geht ja erst seit wenigen Monaten so. Und dann kommt meine Lieblingskategorie, nämlich ein Nachmittag mit Kindern drinne. Das ist die Kategorie, in die ich kürzlich ein bisschen investiert habe, denn ich habe festgestellt, dass ich für den Herbst-Winter, für die Herbst-Winterzeit, nicht genug Auswahl habe. Und deshalb ist diese Übung auch so wertvoll. Einfach weil man, während man das durchspielt, Erkenntnisse über sich selbst gewinnt und über das eigene Leben und feststellt, ich habe ein bisschen zu wenig in einer Kategorie oder ich habe zu viel Auswahl in einer Kategorie. Deshalb habe ich kürzlich investiert in ein Sweat Set. Die Teile werden einzeln verkauft, nicht als Set, aber man kann sie sich in der gleichen Farbe bestellen. Das ist ein Sweat Set von Colorful Stand Up. Kennt ihr die Marke schon? Ich habe sie jetzt das erste Mal getestet. Sie machen ja Basics in unfassbar vielen Farben und ich dachte, ich probiere mal ihre Sweats aus. Das ist die Farbe Dusty Plum und ich besitze auch noch Himbeer Rot oder Himbeer Rosa. Ich weiß den exakten Namen nicht mehr so genau. Diese Teile haben mich wirklich überzeugt. Ich lebe aktuell fast nur noch in denen. Also wenn ich so einen richtig faulen Tag habe und auch zum Arbeiten mich auch nicht so schön schick machen möchte, dann habe ich eigentlich nur noch das hier an. Bezüglich Nachmittag mit Kindern, das ist ein Set, in das ich auch reinschwitzen kann. Das ist ein Set, das einfach so ein bisschen widerstandsfähiger ist und in dem ich auch sehr viel Bewegungsfreiheit habe und auch trotzdem noch warm genug angezogen bin. Denn so eine Leggings ist mir manchmal so ein bisschen zu dünn und die feinen Wollteile, wenn ich viel durchs Haus renne oder durch die Wohnung renne, dann fange ich halt einfach schnell an zu schwitzen und ich brauche etwas, was ein bisschen funktionaler ist. Das sind Teile, die sind am Stück gefärbt. Das bedeutet, dass die Farbe besonders gleichmäßig von oben bis unten verläuft. Beziehungsweise haben wir hier, aber das ist ja wirklich nur was für Nerds. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man das hier erkennen kann in der Kamera. Jedenfalls gibt es hier bei den Nähten oder bei allen Übergängen diese ganz, ganz feinen, tiefen Stellen, wo sich die Farbe so ein bisschen stärker gesammelt hat und wo man so ein bisschen mehr Schatten erkennt. Das macht das Färben so besonders. Dann ist das Teil auch Anti-Pilling und das sieht man an der Oberfläche auch. Man merkt, innen drin ist es weich angeraut und von außen ist es recht glatt. Jetzt nicht so glatt wie Side oder Tencel oder sowas, aber man merkt richtig, dass das ein stabiler, glatter Stoff ist, der wirklich keine Chance bietet, Pilling zu entwickeln. So fühlt sich das definitiv an. Wie gesagt, ich habe alle Teile, die noch verfügbar sind, unten in der Infobox für euch verlinkt. Ansonsten habe ich dazu geschrieben, dass es alte Teile sind, die mittlerweile einfach nicht mehr zu finden sind. Und diese Übung zu machen, meine sieben Outfit-Uniformen oder meine sieben Style-Uniformen zu finden für die unterschiedlichen Lebensbereiche, da habe ich schon so viele Erkenntnisse über mich selbst gewonnen. Auch allein schon die Erkenntnis, wie viele unterschiedliche Lebensbereiche wir eigentlich haben und für welche Momente im Leben man ausgestattet sein sollte, um sich besonders wohlzufühlen in seiner Haut. Ich kann diese Übung also nur wärmstens empfehlen für all diejenigen, die ihre Garderobe ganz gerne angehen möchten, überarbeiten möchten und sicher gehen möchten, dass sie die Kleidungsstücke in der Garderobe haben, die ihnen etwas bringen, die ihnen nicht nur Freude bringen, sondern auch die für sie funktionieren. Und wenn man das nächste Mal dann seinen Kleiderschrank aufmacht, dass man auch sicher sein kann, dass das, was man vor sich sieht, auch möglich ist. Okay, ich mache jetzt hier Schluss. Schreibt mir doch gerne unten in die Kommentare rein, welche Outfit-Uniformen ihr schon identifizieren konntet für euch und welche Outfits ihr gerne tragt. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein, dann können wir uns gerne noch ein bisschen weiter darüber austauschen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!